Dieses wunderschöne Riesenbaby hier heißt Erasmus. Er ist ein Spinone, ein Spinone-Mix. Ist wirklich sehr groß. Wir haben ihn abgemessen. Er ist 70 Zentimeter hoch und wiegt ja sicher über 40 Kilo, keine Frage. Und ist nur drei Jahre alt. Also ein ganz ein toller, süßer, lieber Hund ist das. Ein gemütlicher, liebe Leute, Spinone-Leute. Er ist verträglich. Er lebt mit anderen Hunden in einer Gruppe zusammen.